Hallo und herzlich willkommen zum Gepäck-Negel-Unterhaltung. Take 2! Wie ihr seht sind wir immer noch beim Aufbau beschäftigt. Langweilig, kommst du es mal aus? Nein, macht ja Spaß. Wir haben schon die erste Etage jetzt fertig. Ja, mit Inhalten. Ja, mit Dekoration. Und jetzt geht's auf zur Tüte Nummer 5! Das geht auch liebevoll, ja? Das ist Leben. Wie soll ich mir das denn? Der Mann im Internet hat das auch so aufgerissen. Genau. Ich hatte den Staubzeuger geholt und hat alles aufgesorgt. Genau. Wie das das Männchen macht. Boah, ist aber was. Ja, sonst hab ich so noch nichts. Was soll ich sagen? Ich baue dann schon mal das hier zusammen hier. Geht ja auch ziemlich flott. Was ist der denn in der Hand? Der hat ein Walkie-Talkie in der Hand. Okay. Und das andere ist in der Geister-Dimension. Du, da wird noch ein Typ sein. Welcher? Ist ja auch Anhiebsteine, die ich nicht sehe. Nur weil du die nicht siehst, heißt das nicht, dass du noch eine Tüte machst. Die müssen mindestens zweimal vorhanden sein. Welcher? Ja. Diese hier. Die Sechser. Die Sechser. Ja. Kein Sechser da. Oh nein. Oh nein. Ja, bau den ein erst mal zu Ende dann. Kümmer dich mich schon mal hin um. Hm. Das ist... Egon. Das könnte auch Peter sein. Aber da steht E. Nee, RS stimmt. Was steht drin? RS. Ray Spangler. Ray. Rats. Rats. Wollen wir sie nochmal aus? Sind wir drin? Sind wir drin? Das braucht noch keine Tüte, kommst du mal auf. Die steigt mir aber nicht da. das ist ja sein kann was guck mal was für stein und noch mal holen hat schon weiter next nicht noch gar nicht nicht mehr da kommen noch die so viel genau das wird Das sieht aus wie ein Deckel für irgendwas wahrscheinlich. Ist das richtig, dass es überlappt? Ich glaube schon, oder? Was wird der Deckel hier für? Dann kannst du es eben abnehmen, ist doch toll. Ja, du musst es ja abnehmen können, das ist schon sinnig, ja. Doch, das ist aber so langer als der. Ne, noch länger als der. Langer? Ne, 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 ne. Doch, es sind zwei langer. Und ein Sechser zwischen. Warte mal, der geht bis dahin. Da fehlt doch irgendwas. Etwa. Irgendwie fehlt da was. Warte mal. Das war bis hier hin. Ah, ja, klar. Moment. Das war falsch in Baustelle. Das ist, genau. Das muss hier hin. Ach so, ein längeres. Ja, und dann kommt hier nochmal so einer drauf. Richtig. Dann passt das wahrscheinlich auch. Eins, zwei, drei, ja. Vier. Okay. Alles klar. Kann passieren. Ist schnell ausgebügelt. Das stand. So springt jetzt hier. So. Schnell. Ja, genau. Jetzt kannst du. Jetzt. So, dann fehlt da noch ein weißer. Den habe ich. Und den langen kannst du dran setzen. Jetzt. Ach, viel zu klein. Stimmt allerdings mal. Wird zu klein. Kann ja gar nicht funktionieren. So ein riesen aus und so ein kleines Dach. Das geht ja nicht. Aha, wir bringen alles gut. Einmal umdrehen. Drei Stück. Mhm. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich, hab ich. Einmal umdrehen. Die kommen jetzt außen. Ist das sowas hier, ne? Bums. Dann kommt da so ein Einer hin. Ähm. Dann kommt da so ein. Und zweimal Fensterbänke. Nee. Oh. Stopp, stopp, stopp. Du musst erstmal so in der Ecke rein. Und dann. Ach so. Vierer, Ecke. Nochmal ein Vierer. Nochmal ein Vierer. Gut. Dann passt bei mir was nicht. Muss ich vielleicht mal gucken, was da falsch ist. Und dann kommt hier ein Einer hin. Ein Vierer. Nee. Bei mir ist schon zwei. Ach, da kommt noch so ein Einer rein, ne? Den hab ich schon hier. Okay. Der Vierer war schon richtig. Der Vierer war richtig. So. Gut. So. Geht doch. Ja, genau. Was ist das? Bitte raten Sie jetzt. Ja. Wir teilen wir mit Namen Bedingungen. Oh je. Was? Oh je. Das ist doch jetzt einfach. Immer vier so und vier so. Ja. Vier so und vier so. Das ist ja sehr einfach. Was denn? Ist es nicht? Die Zuschauer wissen nicht, was wir meinen. Ja, das ist halt im Moment so. Wir geben uns ja Mühe. So ist es nicht. Ja, demnächst müssen wir hier so 360 Grad aufnehmen. Ja, mit fünf Kameras. Ja, genau. Stereoskopien. Und dann kannst du dir die Kamera aussuchen? Ja, genau. Das wäre bei YouTube sogar möglich. Ja, stimmt. Die bieten das ja an. Ich weiß noch nicht, ob es in Deutschland schon gibt. Das weiß ich nicht. Dann kannst du entscheiden, welche du angucken willst. Ja. Wir müssen vielleicht mal so einen Livestream machen. Ich wusste, dass das kommt. Lego aufbauen live oder was? Ja. Dann darfst du die Steine aber suchen, wenn sie füllen. Das können wir mit einem kleinen Zentner machen. Davon abgesehen. Mit einem kleinen Zentner, ja. Bei 27 Abonnenten oder so kriegst du da gar keine Zuschauer an uns geredet. Das stimmt. Ich brauche noch so einen flachen Dreier, bitte. Ja. Flachen Dreier? Ja. Ich glaube, da gibt es nicht. Doch, habe ich schon einen gehabt hier. Ich brauche davon noch einen. Da. Ja, perfekt. Dankeschön. Bitte. Es gibt ja selbst Leute, die haben 10.000 Abonnenten und wenn sie live was machen, kriegen sie mal 100 zusammen. Richtig. So los. Das ist nicht so einfach. Man muss es rechtzeitig ankündigen. Ja, das auch noch. Und wenn wir wegen dir jetzt 10 Kommentare kommen. Oh, 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 oh. Dazu es organisieren. Ich weiß nicht, wie man es... Vor allem viele schwören ja auf Twitch. Kann ich noch gar nicht mal ausprobieren. Twitch? Was ist Twitch? Twitch ist, ja, quasi genau das Livestreaming. Ein Portal für Livestreaming. Aha. Ein Portal für Livestreaming. Da gibt es auch Partnerschaften und so. Aber letztendlich bietet YouTube das ja auch an. Hm. Livestreaming. Ich weiß noch nicht, ob das mit der Kamera geht. Das ist dann das nächste. Ja, richtig. Na ja, bis dahin fließt noch viel Wasser im Reinen. So, und den wollte ich ja. Au, äh, äh, äh. Jetzt schon wieder gestoßen, gekratzt. Vor allem das Problem ist ja auch, wenn wir hier bauen, und du machst einen Livestream, hast du ja auch einen Checkmate dabei. Richtig. Und den kannst du ja gar nicht moderieren zwischendurch. Ja, stimmt. So, wieso passt das nicht? Ja, meint gerade. Ja. Was machst du denn da? Bist du umkonzentrieren? Nee. Hä? Hä? Denkst du das? Dann noch immer ein flacher Zweier oder? Hm. Ein Freitas das. Da kommt ein Zweier rein und kein Einer, deswegen ist das... Oh mein Gott! Na, du hast ja eine Profi gezeigt. Ärger mich ruhig. Ich bin dabei. Müssen wir mal kurz mal der Lampe gucken, Jungen. Achtung, knistert vielleicht mal kurz. Ach, das mit dem Papier hier ist auch nicht optimal. Das hast du jedes Mal. Ich weiß, aber was willst du denn machen? Müssen wir einen Spiegel dran bauen, oder? Ich weiß auch nicht, warum man die Lampe ausgängig dahin macht, wo kein Mensch hinguckt. Das ist eine gute Frage. Naja, dafür war es günstig. Und es ist gut. Als Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nicht meckern. So, passt das jetzt oder machst du da? Aber jetzt passt das. Mann, 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 Mann. Ja, das darf ich jetzt machen. Fliesen, fliesen, fliesen. Fliesen, fliesen, fliesen. Fliesen. Fliesen, 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 fliesen. Das ist ja eine Fumme neue. Ja, Fumme, Gönter-Zunge, ne? Ja, Fumme, Gönter-Zunge. Ist auch schön. Fumme gerne. Mach den falschen. Fumme, ja. Ja. Hab ich auch gesehen. Wir sind Tausender. Tausende, Millionen, nachher fehlt einer. Ansonsten hab ich Reserven. Auch tausende... Ich mach die Vierer. Welche Vierer? Ich hab keine Ahnung, wo ich gespielt habe. Ich bin bei Vierer. Die Zweier auch, oder was? Die mach ich dann ein. Muss wieder alles allein machen, wusste ja noch. Ach komm. Ich find's schön, dass wir nicht drauf bauen, sondern extra. Ja, es ist wirklich einfacher. Irgendwann bist du hier oben und dann tun die Arme irgendwie... Ja, bei dem Film war das ja auch so. Ja, viel eleganter. Viel eleganter. So. Jetzt her. Wollen wir erstmal lokalisieren hier. Das ist zwei aus... Das wird wohl die Toilette, ja. Ja, ja. Ein Klo haben wir ja schon mal gewonnen aus Lehnung. Stimmt. Ja, den Simpsons. Sogar mit Dusche. Stimmt. 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 Ähm, ja. Jetzt ist die Frage. Ist ja noch eine Frage. Wahrscheinlich. Setz erst mal den Vierer hin. Ja, erst mal den Vierer, genau. Ups. Dann ist... Denk ich mir erstmal. Toi. Jetzt sind wir mal ein Steinbeck. Dankeschön. Hey. Den brauche ich nicht. Ich aber. So. Bitte. Danke. Sie dürfen. Ach, da ist noch ein Einer zu... Ach, du Schöne. Wo ist ein Einer zu... Dazwischen. Das ist noch keine Einer. Ach, doch. Da. Der flache Einer. Oh, meine Finger! Gut, dass wir weiter keine Finger in der Gegend schnitten haben. So, jetzt aber. Der da hin, der da hin. Und dann kommen diese Platten wieder. Ja, einen Runden habe ich schon. Der ist der zweite. Aber den anderen habe ich noch nicht. Den anderen hast du aber nicht. Den schwarzen. Ach so. Ein bisschen schwarzen. Den, ja. Da fehlt ja noch einer von. Hä? Da ist keiner. Da! Auf anderen Seite. So, da. Mhm. Äh, ja. Ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, natürlich geht es nicht. Ja. Ja. Ist doch schwarze. Ist nicht grau. Sieben mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre der siebte. Das wäre der siebte. Das wäre der siebte. Schon richtig. Ich glaube nicht. Haben wir noch irgendwo einen über da? Ne. Gibt es auch gar nicht. Next. Kann ja nicht sein. Doch, kann sein. Wieso? Hast du schon was fliegen sehen? Ist ja hier drunter. Mann. Hier drunter. Oh, nicht. Komm mal weiter. Oh, was gibst du schnell auf jetzt? Hier drunter? Oh, nicht. Nein. Ich werde jetzt nicht einfach die, die da vorne. Nummer fünf an mir. Das ist die fünf. Die. 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 Die müssen wir so erstmal weiter machen. Keine fünf mehr. Auch da kommen sie immer dran. Ja, richtig. Wie mit den Haken. Mit dem Grauen. Das sind schon zwei Teile, die ich nachbestellen müsste. So. Ja. Kannst nochmal zur sammelbestellung machen. Ja, es hat auch gut funktionieren mit den Schädeln. danke nochmal lego dafür ja so sind die sind ja nicht so also wenn es danach geht das korrigieren sein wenn du da irgendwas brauchst da sind wir ja dann noch bei er ist aber nicht selbstverständlich für lego schon doch ich glaube lego ja ja gut andere firmen lassen sich halt finden nach dem vorhin ging das richtig flott aber hätte ja nicht mit geredet du hast ja selber zeit jetzt ist ja schon viel er haben können wahrscheinlich ja ja ich habe auch ich habe unsere zuschauer gar nicht lang geholt wie wir die erleben das chaos gerade im zeitwinkel hallo erstmal schön dass wir wieder da sind ja passiert und dann sagst du dieses niveau von verrie doch die haben alles miterlebt das stimmt saugen groß ähm falsche farbe nein das ist das orange falsche farbe das ist doch richtig ja aber das war zu dunkel ach so das kann natürlich sein das ist richtig ach so penibel ja wenn dann das ist schon die richtige farbe haben ja also das geht auch nicht das ist zu dunkel ja ist ja gut ja nein mein schatz genau den kannst du mal da rein setzen bitte schon dabei so wie sie jetzt ab jetzt geht ab die kommen doch erst mal von nein das ist erlaubbar nicht ich mache direkt risiko es passt oder es passt das ist ja auch schon wenn man so teppich jetzt zusammenbaut aus so was das ist toll das macht man so fühlt sich auch gut an ja genau ist visibelisch bär da fehlt noch ein zweier das ist ein fluch der muss ja irgendwie noch eine tüte sein eigentlich ich habe ja aber der muss ja nicht als einzelner da drin sein da habe ich ihn so den rest haben wir ja ja den rest sieht gut aus jetzt soll ich mal schränke bauen ich baue schränke du machst die andere sein drei mal darfst du das bauen ja bestimmt hoffentlich habe ich genug schubladen wenn eine schublade fehlt dann ist es natürlich so fertig ähm ja ähm der ghostbuster fluch er setzt sich fort was suchst du denn diese diese platte die da da also nimm doch die bevor die andere kommen guck mal was hier noch drunter ist äh wir brauchen das in grau äh in schwarz wir brauchen nennen wir in schwarz ja ja in weiß doch da ach got it is doch was is doch was es findet sich alles so jetzt sind wir wieder auf null ne genau ok weiter jetzt geht nur noch dieser Haken noch für den Werkzeug ja gut der war ja in der anderen ja aber trotzdem fehlt er erstmal ok jetzt müssen wir mal gucken was wir hier bauen acht mal das und hier diese Umrandung in rot alles ja auch rot ist schön rot mache ich dann mal gut ja es kommt außen drauf es kommt außen das habe ich gesehen ich danke ja Das ist nett von dir, dass du das gegenwärtig hast. Die Farben lassen mich blind werden. Ich bin immer noch blind. Darf ich mal kurz? Da fehlt noch einer. Das ist jetzt nicht so schwer. Da hinten bei dir. Oh, das ist gar keiner. Das sind nur diese Sirenen-Dinger. So, da kommen jetzt über die... Achso, so flache 2er, 3er, genauer. Die habe ich bei mir vorne. Millionen von Hass. Genau. Da habe ich hier wirklich genug... Millianen. 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 Tausende von Lichtern. Ich verändere mich eher an irgendwo an dein Monkey Island. Achso, die... Die Stimme, deswegen. Ja. Ja. Jeder Charakter braucht seine Stimme, oder nicht? Ja, richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wo kommt der Achte hin? Da. Ahja. Daneben. Und diese Weiße müssen wir auch noch machen. Genau. Okay, dann lass mal gucken. Da steht schon Schweier, grauer. Grauer Schweier. Ahja. Das mit Haken. Der hat Haken. Da ist er. Dann kommen die weiße Sirenteile drauf. Ach, weiße. Ich glaub schon, dass die weiß sind. Ja, sind weiß. Die sehen weiß aus. Sind weiß. Ist weiß. Gott. Der Chef hat gesagt, ist weiß. Dann sind die Wurde weiß. Ja, der ist ja nicht. Und dann kommt er rauf. Hier rauf. Der muss einen überstehen. Das ist auch richtig. Ja. Jetzt kommen... Jetzt schon wieder eine weiter. Okay. Die nächste Reue. Next. Schön in Weiß. Mit einem Blumenstaff. wie geht der Schuss aus. Mmh. Ganz schön weise. So siehst du heute aus. Afer Bübsch. Da hin. Zwei. Achtung. So. Jetzt wieder auf. Oh. Ach ne. Zwei. Das ist ein baue Einer. Flach. Flach. Alles nur flach, Alter. Oh, geht auch nicht flach. Sieht aber auch gut aus. Hast du damals auf dem Super Nintendo mal Sim CD gespielt? Nein. Hast du das verpasst? Doch, Super Nintendo. Ja, stopp. Hast du Metropole oder Mega-Metropole geschafft? Nein. Nein? Ich hatte es auch nicht lange im Spiel. Ich finde, das ist mit eines der besten Sim CD-Teile. Wobei ich warte ja immer noch, bis es für einen Migma Sim CD 4 gibt. Ich meine, es gibt es schon, aber ich warte auf ein Angebot. Ab und zu kommen die mal für einen Zehner oder so. Ich habe so viele Spiele für einen Zehner gekriegt. Ja, man muss ja auch manchmal warten können. Weil ich glaube, Sim CD 4 ist besser, als das, was jetzt nur noch Sim CD heißt. Weil da ist ja alles mögliche Online-Zwang und Städte sind zu klein. So ist es doof. Online-Zwang ist doof. Nein, wo ist es bei Orange? No. Wobei ich nicht verstehe, warum man das nur mit dem euren Klienten runternehmen kann, statt einfach zu sagen, lad es euch hier runter und gut ist. Und vor allem dann noch so viele Sperren einbaut, woran es liegen kann, aber auch keine Connections hat. So ein Schwachsinn ist auch doof. Firewall aufstellen, die Videos können auch aufstellen. Ey, du musst da noch eine Wette planen. Oh, nein! Ich habe versagt. Ich habe aufgepasst. Toll. Das hast du hier? Nein, bin ich noch nicht bei. Ich wollte gerade mal checken, woran du so bist, aber das hat sich gerade erledigt, glaube ich. Ich bin an gar nichts. Ich bin schon mal so weit, dass ich sagen kann, ich habe nichts. Genau. Was passiert denn hier? Kommt das einfach so da rein oder was? So? So, genau. Das war ein Waschbecken. Ja, richtig. Die Spiele. Die Spiele. Oh, jetzt holen sie es näher ran. Das ist offenbar jetzt sehr wichtig, was hier passiert. Okay. Nein! Da kommt noch eine zweite weiße Reihe. Wo? Stand. Schatzemobil. Da. Ein Zweier und ein Dreier. Das ist der Zweier. Das ist der Zweier. Das ist der Zweier. Jetzt können wir zurückgehen. Wenn du ja nicht einen Augenblick mal nicht aufpasst. Ja, richtig. Also. Ist das richtig? Ne. Ich habe den zu hohen genommen. Entschuldige. Ja. Da kommt aber ein Dreier. Da sind wir noch erst. Ach so. Deswegen sieht das anders aus. Okay. Cool. Ich habe ihn zu hohen genommen. Ja, ist ja alles gut. So. Jetzt passt es. Jetzt sind wir hier. Genau. Ich mache das hier fertig eben. Ich mache die roten. Und der kommt hier drauf. Boah, da musst du so aufpassen. Ja. Ja. Eine rote hier. Ist ja ab 16. Ernsthaft? Ein Lego-Set mit Altersangabe? Ach, das brauchen wir zweimal, das Ding. Ja. Wobei beim Auto hätten sie ja auch mal ruhig machen können. Bei was? Beim Auto haben sie ja ab 12 gemacht. Was passiert? Das ist nicht so große. Ne, was ich nicht verstehe. Es war schwer. Wo kommt dieser eine hin? Kannst du das irgendwie... Hier? Auf die Ecke? Meinst du? Auf die Ecke. Sieht man doch. Hm, 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 hm. Ein bisschen Fantasie. Nein. Doch. Nein, nimm den raus. Aus. Nimm den raus. Aus. Fui Ba. Ach so, ja. Cool. Ist zwar nicht explizit ein Pfeil dran, aber... Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Aus. Sitz. Ach so. Oh, ist es da umgekippt? Und schon stützen die Wände ein. Nein. Schon ist alles hinüber. Warte, ich sehe auch keine. Hm. So, der war da. Ach ja. Hier machst du was mit. Ich mach hier das untere Bild da. Weiches? Dies hier? Das ist doch schon links drauf. Ach so. Ja. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich hab das immer gehasst, wenn man noch nicht aufpasst. Guten Morgen. Ja. Ja. In einem Moment nichts mitgekriegt und schon. Ist ja leicht bloßgestellt vor allem. Okay, das ist in Ordnung. Einer und Zweier. Einer habe ich hier. Zweier habe ich hier. Oh, Hante dann. So sieht's aus. Okay. Die Ecke da hinten. Ah, warte. Wird noch nicht so lang. 3 und Zweier. Ja, ich. Kannst du mal direkt noch eine drauf setzen, ne? Hm. Warte mal. Hier war das schon. Irgendwie. Nee, da kommt so ein. Ach so, dieser Turm, ne? Ja, stimmt. Deswegen. Das ist der selbe, ja. Nee, nee, ist richtig. Ach, sorry. Sonst fehlen die hinterher. Wir wollen das, ne? War das nicht beim ersten Turm, nein? Nee, nee. Das ist so. Und der Rest passt. So. Und jetzt kommt der 3R. Ja, genau. Genau. Jetzt habe ich's. Ja, manchmal muss man echt zweimal hingucken. Ob der jetzt so nur einfach ist, oder? Ja. Ja, besser, man guckt jetzt, als nur mal eine halbe Stunde wieder merkt. Oh, verflucht. Wo ist die auch? Ja, ich mache mal falsch. Ach so. Du bist in den nächsten Bild. Ja, Hexen kann ich auch nehmen, ne? Nicht? Schade. Ich hab's aber gleich fertig hier. So, bitteschön. Achso, da kommen noch zwei Korre. Ja, was du da machst, weiß ich ja nicht. Autsch. So. Kommt eine flache Ecke drauf. Gut, dass ich die gesehen habe. Das hätten wir gleich verloren. Okay. Ich darf es nochmal bauen. Für die andere Seite, ja. Für die andere Seite, genau. Hm? Hä? Darf ich dir was anbieten? Ja, wenn ich das nochmal hätte. Die zwei roten Vierer und... Da muss noch eine Tüte sein. Hm, 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 hm. Das ist falsch. Da kommen nur die grauen dran. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ich habe das noch assoziiert. Genau. So, jetzt hast du es symmetrisch wieder. Ja, so ist es richtig. Ja, war mein Fehler. Achso, bipsch. Ist egal, das passt doch. Ist doch alles super. Genau, da hast du die Pfosten schon. Pfosten! Schweingart! Aber der Ball bleibt gefährlich. Und zu einer Ende. Wo kommt der denn hin? Da kommt der hin. Genau. Das passt auch mit der Höhe jetzt. Prima! Fenster! Ah, wir gehen Fenstern. Sechs Stück insgesamt. Zwei mal drei. Nehmen wir mein Fenster weg. Doch egal, sind genug da. Reichsfensternacht. Reichskristallnacht. Oder Pogon, wie es heute heißt. Oder Pogon, wie es heute heißt. Pogon. Wieder nach außen, ne? Ja, es sieht einfach besser aus, meinst du nicht? Ja. Ich sag's ja nur, dass ich es so mache. Ja. Ne, ist richtig. Theoretisch bleibt es dir selbst nur mal lassen, weil es ändert ja nichts an der Konstruktion. Ne, das nicht. Aber sieht schlecht aus. Oh, große Tür. Großes Fenster. Ja. Nein, nicht doch. Große Tür, hm? Kommt wahrscheinlich hier. Nein, eben nicht. Oh. War jetzt... Was? Was, 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 was? Hätte ich jetzt so gedacht. Na, wir sind die ganze Zeit in dieser Ecke und auf einmal sagt Lego, da möchte ich jetzt was hin. Genau in diesem Augenblick, nicht eine Sekunde später. Ja, hätte ich gedacht. Verdammt, das ist falsch. Nee, ist nicht falsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, komm. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, ja. Was machst du denn? Ich baue. Siehst du das denn nicht? Das wird Lego bauen und nicht auseinander bauen. Boah, sagt der Richtige. So. Au! Schmerzengeist gibt's ja nicht. Ey, du kriegst wenige Stunden und ich nicht. So, jetzt geht's los. Da kommt der Einer hin. Hier kommt ein Zweier hin. Dann kommt hier der Doppelte Zweier hin. Genau, habe ich auch. Noch ein Doppelte Zweier. Und das sieht sehr gut aus. Jetzt brauche ich nur noch einen flachen Grauen, der kommt dann in die Mitte und der kommt hier hin. in die Mitte. Dankeschön, Babi. Oh mein Gott. So, der kommt in die Ecke und schimpft dich. Genau. Machst du den Zweier schon? Ja. Ja, für deine Seite. Ne, ist richtig. Ja, ich habe ein 8 in Zweier. Mhm. Hab ich. Okay, ich glaube, wir können, ne? Ach doch, gut. Da zieht doch noch was. Ich weiß nicht, ob die da reinkommen. Ja, zweimal steht mir ja da. Okay, dann bauen wir sie auch noch rein. Okay. Muss ja wieder flach sein. Eine Ebene. Wollen sie jetzt mal gucken? Nix. Spicken gibt's nicht. Hey, jetzt übertreibst du mich. Mach du deine Seite erstmal fertig. Oh, das darf ich auch noch mal. Nix. 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 Oh Gott, und gleich ist irgendwas falsch. Lass uns mal rein. Nix. 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 Oh Gott, und gleich ist irgendwas falsch. Ne, das war's richtig. War so viel über? Na, das läuft doch selber nicht. Das lobbyiert doch auch nicht. Das lobbyiert doch auch nicht. Wobei, wir haben ja nichts Weißes verbaut sonst. Ja, aber es ist noch hier das hier übrig. Das haben wir wirklich nirgendwo drin. Hm. Hm. Gucken wir mal. Also sprach Zaratustra. Ich guck auch nach den Weißen, der ist schon dabei. Ja, direkt bei das, ja. Also hier sind dreimal... Wo sind die? Hier oben drauf? Bei denen, ja genau da. Nebeneinander direkt? Direkt nebeneinander. Nebeneinander. Okay, aber... Und hier ist das eine. Ah! Ja, und der Rest könnte tatsächlich über sein. Der Rest ist ruhig. So weit? Zu gut. Wobei das so ein Special-Stein ist ja eigentlich. Das ist ja für hier die Figur gewesen auch. Achso, okay. Achso, durch den Kopf wieder dazu. Ja, das war Tüte Nummer 5. Cool. Wir nehmen uns die Hälfte. Aber langsam, die Hälfte. Ja, immerhin zwei Tüten, oder dann haben wir die Hälfte. Alles klar. Ja. So. Und wir nehmen es erstmal wieder raus. Ein bisschen flott. Flott, flott, flott. Das haben wir geschafft. Ist das alles Tüte 5? Ich glaube ja, ne? Ja. Ja doch. Alles Tüte 5. Ist doch was. Sieht doch nach was aus. Macht doch schon was her. Ja. Also, wir sehen uns bei Tüte 6 wieder. Bis dahin. Tschau. Tschau.